Ich denke, wir sind in einer so schnell sich wandelnden Zeit auch von Technologie, dass es jedes Jahr neue Updates gibt, neue Ideen gibt von Produkten, Servicen, neue Lösungen, die in diesem Bereich des Geodata Management oder Geospatial Industry, wie man sie auch nennen will, sich immer wieder verändern und vorwärts bringen. Das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der nicht abschließt, so. Insofern ist jeder Besuch an der Intergeo jedes Jahr wichtig, um sich weiterzubilden.